Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Impact Talk, das Podcast-Format des Impact-Festivals, das am 13. und 14. September 2023 im Fredenhagen in Offenbach bei Frankfurt stattfindet. Schön, dass ihr da seid. Genauso schön, dass sie da ist. Ich wollte noch schöner sagen, aber das wäre gemein. Und genauso schön, dass sie hier ist, ist Mara. Du bist hier. Ja, hi, Dirk. Freut mich, dabei zu sein. Und ich finde es wirklich spannend, wie du auch nach vier Stunden Podcast aufnehmen noch so enthusiastisch unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen kannst. Du machst mich sprachlos. Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Wir haben halt unseren Vibe, weißt du? Also da können wir auch fünf Stunden aufnehmen. Ich glaube, wenn wir beide hier zusammenarbeiten, dann wird das immer noch gut. Ja, du weißt, wie du die gute Laune hier oben halten kannst. Ja, ich mühe mich redlich. Genug von uns. Hin zu euch. Es ist ja bald soweit. Und nachdem wir jetzt wirklich schon im niedrigen zweistelligen Bereich rückwärts zählen können, finde ich, haben wir heute, ja, nicht besondere, aber heute kurze, aber sehr wichtige Festival-News. Ja, vielleicht in diese Richtung schon mal einen kleinen Spoiler. Nächste Woche wird nochmal eine ganz besondere Episode rauskommen, wo wir echt das ganze Team draufziehen und wo wir nochmal drüber sprechen, was passiert eigentlich in welchem Bereich auf dem Festival, damit ihr optimal vorbereitet seid und da alle News, die das Festival direkt betreffen, auch nochmal aus erster Hand erfahrt. Ich will euch das da draußen nochmal in ein bildliches Äquivalent packen. Das ist so ein bisschen, wie wenn Coldplay im Interview vor dem Konzert sagt, wann im Konzert was passiert und wann die schönsten Stellen sind. Quasi, ja. Oder? Ja. Wer hat das schon? Nur noch sympathischer als Coldplay. Selbstverständlich. Nee, ich habe euch trotzdem nochmal News mitgebracht und zwar ganz brandaktuell morgen findet unser nächster Impact Connect & Learn statt. Und zwar haben wir da nochmal eine Kollaboration mit der LEA Hessen, das ist die Landesenergieagentur und es wird ein Netzwerkvormittag für Energie-Startups geben. Also steht alles wieder unter diesem Motto Connect, lass uns zusammenkommen, lass uns verschiedene Stakeholder-Gruppen, hier ganz spezifisch für Thema Energie, zusammen vor Ort bringen und dann auch lernen. Wir werden ein ganz spannendes Bühnenprogramm haben, das ich auch moderieren darf, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und da wird es Impulse und Diskussionen geben, es wird Elevator-Pitches von Startups geben. Das ganze Programm findet ihr auch nochmal online, aber es sind wirklich spannende Unternehmen auch dabei, wie Fiesnermann oder Magnotherm in Miria. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich Last Minute noch anzumelden und vorbeizugucken. Das Ganze wird in Wiesbaden im Heimathafen stattfinden und ich würde mich freuen, den einen oder die eine vor Ort schon mal zu treffen. Werden wir dazu Informationen in den Shownotes dieses Podcasts verlinken. Auf jeden Fall. Ein Traum. Das Ganze ist natürlich auch kostenfrei, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber genau, kostenfreie Teilnahme für alle, die dabei sein wollen. Sehr gut, ja. Kostenfrei, nicht umsonst. Wichtige Feinheit. Genau. Auch nicht umsonst sind jetzt noch die kurz folgenden Verbraucherinformationen. Eine kurze Brücke, die uns noch trennt. Und dann wird es sehr, sehr spannend, denn wir haben heute, glaube ich, wieder eine tolle Gästin bei uns, die zu dem Thema, also ich glaube, Maschinenraum, der Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, wirklich jedes Aggregat kennt, das da steht. Und dementsprechend tief können wir heute, glaube ich, auch reingehen. Was nicht heißt, dass sie eher trocken wird, sondern im Gegenteil. Sie bringt das sehr lebendig rüber, bringt viele gute Beispiele und ich glaube, wir freuen uns auf ein ganz tolles Interview gleich mit unserem ganz besonderen Gast hier in der Pause. Du möchtest Teil von Europas größter Community und Veranstaltung für nachhaltige Innovationen in Unternehmen sein? Dann sichere dir jetzt ein Ticket für das diesjährige Impact Festival und treffe die wichtigsten Akteure und Innovatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Lass uns gemeinsam die nachhaltige Transformation beschleunigen. Und das Beste? Mit dem Code IMPACTALK15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticketshop. Details findest du in den Shownotes oder direkt auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen, Nubia Maslow. Ich darf dich heute in unserem Podcast begrüßen und auch ganz kurz vorstellen. Nubia ist eine von vier Geschäftsführerinnen von Verso und die Gründerin der Verso Akademie. Du bist seit mittlerweile, seitdem du 19 bist, mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung, hast dich da auch sehr früh politisch aktiv engagiert und hast seitdem immer die Verbindung Kommunikation und Nachhaltigkeit in deinen Rollen innegehabt. Herzlich willkommen. Dankeschön, Mara. Freut mich, dass ich da sein kann. Ja, wir hatten euch mit Verso ja letztes Jahr in unserer letzten Staffel schon einmal auf dem Podcast. Da war der Andreas bei uns dabei. Kannst du uns trotzdem für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch Verso noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen, wer ist eigentlich Verso und was macht ihr? Natürlich, sehr gerne. Also Verso ist angetreten, um die nachhaltige Transformation von Unternehmen, insbesondere von mittelständischen Unternehmen, wirklich zu beschleunigen und ist hier als ganzheitlicher Partner unterstützend mit dabei, angefangen vom Nachhaltigkeitsbericht über die Nachhaltigkeitsstrategie bis hin eben auch zu unserem Ursprung und auch unserem Hauptthema eben der Sustainability Software, die sehr, sehr ganzheitlich unterwegs ist, Treibhausgas, Bilanzierung und so weiter. Also sozusagen alles, was ein Unternehmen brauchen kann im Bereich Nachhaltigkeit, dabei begleiten wir. Ja, super spannend. Und ich habe ja gerade schon angekündigt, du hast auch Diverso Akademie gegründet. Was steht da dahinter? Genau, also Diverso Akademie. Wenn du fragst, was steht da dahinter? Da stand vor allem die Idee dahinter, dass ganz, ganz viele Nachhaltigkeitsverantwortliche und auch die, die eigentlich noch gar nicht so verantwortlich waren vor einigen Jahren, aber trotzdem, wir nennen die immer gerne Zukunftsmacherinnen und Macher in den Unternehmen, also aus ganz unterschiedlichen Rollen kommend, sich für nachhaltige Transformation eben einsetzen. Ja, vor einigen Jahren gab es einfach da ganz, ganz wenig Budget noch dafür, um irgendwie unsere Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Und jetzt kommen wir natürlich mit Verso, 2010 ja bereits gegründet und an den Start gegangen. Akademie ist sozusagen unser Ventil, wo wir ja all die Jahre, all die Erfahrungen reingepackt haben und zu einem sehr, sehr stark praxisorientierten Programm zusammengeflochten haben, das so Step by Step quasi die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchguided, durch den Nachhaltigkeitsmanagementprozess und eben auch so wirklich super Hands-on-Material einfach dabei hat. Weil das ist, wie gesagt, also dient unserem größeren Ziel, da einfach wirklich eine Transformation im Unternehmen beschleunigen zu können. Und das geht eben auch viel durch Wissen. Ich bin ja selber Kunde eurer Akademie geworden. Ich habe mich ja letztes Jahr dafür entschieden, nachdem Andreas hier wirklich sehr plastisch die Werbetrommel gerührt hat und mich auf die Akademie aufmerksam gemacht hat, habe ich diesen Kurs in Sachen Nachhaltigkeitsmanagement gemacht. Ich habe ihn noch nicht abgeschlossen, muss ich gestehen. War es? Ja, 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 doch. War aber sehr schön, weil auch die Module zeitlich ein bisschen versetzt immer geliefert wurden, was ich sehr schön fand. Hat allerdings bei mir das Problem gehabt, dass ich dann so den, ich wollte das an einem Tag durchtarocken und hatte dann so ein bisschen das Problem, dass ich genau den einen Tag nicht hatte. Insofern bin ich immer noch ein bisschen hinten dran, aber ich habe jetzt schon viele Lektionen durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot, weil ihr natürlich auch sehr niedrigschwellig wirklich Menschen und Unternehmen da abholt, die vielleicht für das Thema erstmal eine Sympathie mitbringen. Also die merken, das ist wichtig oder das ist mir wichtig oder das ist ein Punkt, der mir einfach auch unter die Haut geht, der mich selber aktiviert. Auch wenn vielleicht das Unternehmen selber noch ein bisschen in den Scheuklappen sitzt und sagt, das interessiert uns erstmal nicht, weil man da sehr schnell mit in Kontakt kommt. Wie ist denn so der klassische Gang weiter? Also wenn jetzt jemand bei euch die Akademie durchlaufen hat und hat beispielsweise eben diesen Sustainability-Management-Lehrgang mitgemacht, und wie geht es dann weiter? Wie treten die Leute mit euch in Kontakt? Sind es dann auch potenzielle Kunden eurer Produkte? Stoßen die dann diesen Prozess anfühlen, die sich da so motiviert? Wie ist da so ein bisschen der Verlauf? Ja, also was natürlich dann ganz oft passiert, ist, je nachdem, wo ich beginne, also wenn ich wirklich den Wiki, den du eben beschrieben hast, Dirk, dass man aus einem Unternehmen kommt, was verändern will, dafür das Wissen braucht und die Umsetzungs-Power sozusagen, dann geht es ganz stark natürlich dahingehend weiter, dass wir tatsächlich trotzdem oft gefragt werden. Also auch wenn man irgendwie dann befähigt wäre dazu, ist man halt häufig auch nur einfach eine Teilzeitstelle oder so. Und ja, vielleicht wisst ihr es ja auch, einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben, ist nicht ganz einfach als kleines Beispiel und erfordert wirklich deutlich mehr Ressourcen, als man so meint. Und der Teufel liegt da natürlich im Detail. Und da werden wir ganz häufig gebeten, einfach zu begleiten, weil so ein Nachhaltigkeitsbericht einfach ganz häufig so der Einstieg ist, ich sage mal so die Quelle, um überhaupt im Bereich Nachhaltigkeit starten zu können. Ja, und auch so ein bisschen der erste Status Quo. Und häufig ist es aber dann tatsächlich auch so, dass wir Teilnehmende dabei haben, die gerne erst in den Nachhaltigkeitsbereich wechseln möchten und die dann tatsächlich eben auch so nochmal auf uns zukommen und fragen, Mensch, kennt ihr tolle Unternehmen? Habt ihr selbst eine Rolle frei? Und genau, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, von wo aus ich starte. Es gibt auch durchaus fortgeschrittenere Unternehmen, wo das Thema Nachhaltigkeit schon sehr stark im Fokus ist, wo es aber einfach darum geht, den Leuten nochmal so ein bisschen eine Grundbildung zum Thema Sustainability Management zu tanken, obwohl man vielleicht schon Klimabilanzierung kann, obwohl man vielleicht schon einen Bericht schreiben kann, aber noch nicht so richtig weiß, hey, wie komme ich denn zu einer Strategie? Wie kann ich denn Nachhaltigkeit gut kommunizieren? Und was ist eigentlich das Thema mit dieser Lieferkette? Ja, das ganze Regulatorik-Thema ist tatsächlich ein gutes Stichpunkt. Und zwar, ihr seid ja mit Verso tatsächlich vor allem auf eure Kunden fixierter mit Rat und Tat, sage ich jetzt mal, ihn bei der Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben zu unterstützen. Und da ist sicher allen voran das CSRD, aber auch gerade, wie du angesprochen hast, das Lieferketten-Schutzgesetz. Wir wollen jetzt heute vor allem auch mal CSRD ein bisschen nahbarer machen. Es ist ja tatsächlich einfach immer noch ein super komplexes Thema. Ich glaube, viele Unternehmen haben immer noch nicht so ganz verstanden, wann, wie, wo, was sie eigentlich berichten müssen. Es ist ja auch noch nicht alles so ganz klar, aber es passiert in dem Bereich eigentlich ganz viel. Könntest du uns vielleicht nochmal so einen kurzen Rundumschlag geben? CSRD, was bedeutet das eigentlich und wen betrifft das Ganze auch? Gerne. Wahrscheinlich gehört, hat es inzwischen fast jedes Unternehmen mal, die Corporate Sustainability Reporting Directive, also sozusagen der Nachfolger der NFRD, also Non-Financial Reporting Directive, die Weiterentwicklung dessen, wo es eben darum geht, dass diese nichtfinanzielle Berichterstattung, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, auf ein völlig neues Level gehoben wird, also überhaupt nicht mehr vergleichbar sein wird mit dem, was wir bisher an Pflichten hatten. Vielleicht, um auch so ein bisschen den Scope nochmal klarzumachen, das betrifft über 50.000 Unternehmen in Europa und über 15.000 Unternehmen alleine in Deutschland. Also das wird einen massiven Impact haben und genau wird so in den nächsten Jahren sukzessive ausgerollt, je nachdem, wie groß die Organisationen sind, welche Umsätze sie haben, gibt es so unterschiedliche Kriterien und da ist es eben so, dass zum Beispiel ab dem Geschäftsjahr 24 jetzt schon, die beginnen sozusagen, die jetzt schon unter die alte NFRD fallen. Das sind auch jede Menge schon mal in Europa, auch über 10.000. In Deutschland sind das ja so ungefähr 500, also noch nicht so arg viele im Vergleich zu den 15.000, die da kommen werden. Und dann wird es aber eben zum Geschäftsjahr 25 wirklich für richtig, richtig, richtig viele Unternehmen eben auch zur Pflicht. Und wichtig ist eben auch, also das sind dann mehr oder weniger alle, ab 250 Mitarbeitenden. Es gibt auch da nochmal Grenzen an Umsatz und so weiter, aber mehr oder weniger kann man so viel mal Daumen rechnen. Ab 250 Mitarbeitenden gibt es wenige Unternehmen, die da nicht reinfallen. Und da wird das dann, ja, meines Erachtens nach auch in der Breite spätestens ankommen. Und, ja, und befassen tun sich die Unternehmen oder zumindest die, die es schon gehört haben, natürlich jetzt damit, wo man eben dann auch noch was machen kann, sozusagen an Nachhaltigkeitsmaßnahmen, was man dann eben in diesen Jahren 24, 25 und folgende eben auch reporten kann. Denn so ein Lehrer-Nachhaltigkeitsbericht ist ja auch nichts Schönes. Da gibt es noch so ein paar Details natürlich dazu. Wichtig vielleicht auch noch zu sagen, dass neben diesen Unternehmen, die direkt betroffen sind, mehr oder weniger aus meiner Perspektive fast alle Unternehmen irgendwo betroffen sein werden. Entweder, weil sie irgendwo in der Lieferkette von einem betroffenen Unternehmen sind oder weil einfach die gesellschaftliche Akzeptanz für Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren, nochmal weiter abnehmen wird, weil einfach das Thema nochmal viel präsenter wird, noch mehr Transparenz kommt. Und natürlich auch durch die Gleichsetzung des Nachhaltigkeitsberichts dann mit dem finanziellen Bericht, also dem Geschäftsbericht, erlangt das natürlich dann auch nochmal eine ganz, ganz andere Wertigkeit und Dimension an der Stelle. Also wenn ich jetzt verstanden habe als Unternehmen, okay, ich falle in diese Berichtspflicht auf jeden Fall rein, sie tangiert mich nicht über meine Lieferkette oder ähnlich, sondern ich muss wirklich aktuell berichten, wo ist dann einfach vielleicht auch mein erster One-Stop? Also an was kann ich mich orientieren? Gibt es gewisse Standards? Gibt es Themensets, wo ich hinschauen sollte? Wie kann ich mir das vorstellen als Unternehmen? Das waren jetzt ganz viele Fragen. Das stimmt. Also ich glaube, als allererstes muss ich mir so ein bisschen drüber klar werden als Unternehmen. Und da gibt es ja oft in einem Unternehmen ganz viele verschiedene Strömungen. Was ist eigentlich mein Ambitionsniveau? Also will ich jetzt einfach nur diesen Bericht machen, weil ich dazu verpflichtet bin, weil ich muss? Oder will ich wirklich diesen Bericht jetzt nutzen, um diese nachhaltige Transformation im Unternehmen, die ich eh schon vielleicht länger antreiben wollte, da noch mein richtiges Jetpack zu verpassen? Oder was die dritte Motivation ist, die wir so erleben, ist halt eine sehr, sehr businessstrategische Perspektive auch. Und man sagt, hey, ich muss diesen Bericht sowieso machen. Wie kann ich denn auch noch für mich als Unternehmen dann einen Wettbewerbsvorteil draus machen? Und da meine ich jetzt nicht im Sinne von Greenwashing, sondern so sehr pragmatisches Denken, um überhaupt mal erst ins Thema einzutauchen. Und darüber sollte ich mir im allerersten Schritt mal bewusst werden. Und ich als Unternehmen sozusagen, und dazu gehört eben immer auch wirklich das oberste Unternehmensorgan, also auch der Vorstand, die Geschäftsführung. Wenn da nicht wenigstens eine Person aus der Geschäftsführung wirklich dahinter steht, dann wird es immer schwierig. Also das ist gut investierte Zeit, da auch wirklich ein Management bei und zu holen, zumindest von einer Person, die da wirklich auch viel mitbewegen möchte. Also das ist so wirklich der Schritt eins, erst mal zu gucken, wo will ich hin? Und auch eben durchaus Ziele zu definieren, die der Bericht dann vielleicht auch ansonsten noch erfüllen darf. Also die auch durchaus runterzuschreiben, abzustimmen, gerne auch smart zu formulieren. Und da ruhig schon mal so eine Art kleine Strategie draus zu bauen. Ich würde tatsächlich noch mal ganz kurz den Sperrsitz des Mittelstandes einnehmen, weil jetzt hast du ja gerade schon gesagt, das ist ja ein Thema, das in ganz naher Zukunft eigentlich wirklich den unteren, den mittleren Mittelstand erfassen wird. Ich nehme mit, unabhängig von davon, wie ich mich dem Thema Strategie da nähere, eigentlich müsste ich mir jetzt 2023 Gedanken machen, damit ich im Prinzip 2024 quasi schon meinen ersten CSR mache und im Prinzip auch schon in der Folge erste Maßnahmen in meinen nächsten Bericht reinschreiben kann, beziehungsweise auch schon erste Ergebnisse habe, mit denen ich im Prinzip an meinen Schwachstellen auch schon ein Stück weit gearbeitet habe. Korrekt? Das heißt, eigentlich ist jetzt gerade allerhöchste Eisenbahn, jetzt gerade ist Handlungsdruck. Verstehe ich richtig, ja? Absolut. Und eigentlich der richtige Zeitpunkt zu beginnen ist eigentlich gewesen vor vielen Jahren oder zumindest vor einigen Jahren. Und wenn ich das eben noch nicht gemacht habe, das haben ja auch viele Unternehmen schon erste Schritte und wissen das ja teilweise gar nicht so richtig, was da schon alles ist. Ja, und wenn ich aber da wirklich noch nichts gemacht habe oder nichts Ernsthaftes, dann ist wirklich jetzt höchste Eisenbahn tätig zu werden, dass ich nicht nur compliant bin, sondern dass ich eben auch wirklich mehr damit bewegen kann, egal ob Impact-seitig, Business-seitig oder am besten ist ja immer beides gleichzeitig. Da würde ich nochmal einen Millimeter tiefer eintauchen. Du hast jetzt schon gerade gesagt, das ist ja im Prinzip kein Greenwashing. Es geht ja wirklich darum, aufrichtig auch dann dieses Thema zu besetzen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass ja ganz oft viele das echt noch so ein bisschen sehen wie DSGVO und andere Sachen. Also es ist im Prinzip ein Pflichtthema. Für viele ist es sehr lästig. Viele sehen da drin keinerlei Mehrwert. Es ist wieder so eine bürokratische Auflage, die gemacht wird letzten Endes. Aber wir wissen ja auch jetzt schon, dieses Thema CSR wird ja von ganz vielen Stellen auch konsumiert. Also es geht nicht darum, einen Bericht zu machen, der dann eben mit der Bilanz irgendwo in einem Anzeiger veröffentlicht wird, sondern es gibt ja auch ganz viele Institutionen, die diesen Bericht dann lesen und die damit auch wiederum Interaktion ableiten beziehungsweise daraus auch Sanktionen ableiten. Also vielleicht könntest du mal erklären, es gibt immer zwei Motivatoren. Das eine ist Lust und das andere ist vielleicht auch ein bisschen Angst. Jetzt wollen wir mal für eine Sekunde ganz zart die Angst penetrieren. Was machen denn externe Stellen mit diesem Bericht, den Unternehmen dann abgeben müssen? Und was lesen die eventuell auch aus einem dezidierten, guten Bericht? Und was lesen die vielleicht auch aus einem schlechten Bericht oder aus fehlenden Maßnahmen, aus einem fehlenden Bericht heraus? Da war jetzt auch ganz viel drin. Also tatsächlich, wenn wir das vielleicht mal uns ein bisschen bildlich vorstellen, ein Nachhaltigkeitsbericht ist ja sozusagen wie so eine Quelle, die möglichst rein sein sollte. Ja, also wirklich das widerspiegeln sollte, was wirklich da ist, ohne irgendwelche komischen Zusätze oder so oder Verzerrungen. Und von da, von dieser Quelle aus, könnte man sich vorstellen, gehen verschiedene Bäche weg, gehen Seen weg, entstehen Seen und dann aber auch vielleicht ganz reißende Ströme. Also in jede Richtung, wo man wirklich auch damit dann eben viel bewegen kann und die im wahrsten Sinne des Wortes ja auch mitreißend sind. Also wenn wir mal so bei diesem Bild irgendwie bleiben. Und das kann natürlich in jede Richtung gehen. Also das kann super, super, super positiv sein. Also wir haben ganz, ganz viel auch mit unseren Kunden erleben dürfen, wo wirklich die Bewerbungsanzahl dann gestiegen ist. Einfach nur dadurch, dass man überhaupt einen Bericht hatte, auch wenn der vielleicht noch nicht super perfekt war. Und by the way, ich finde, es gibt heute keinen perfekten Nachhaltigkeitsbericht und es gibt auch kein völlig nachhaltiges Unternehmen aus meiner Perspektive. Deswegen also ein bisschen Demut, aber ansonsten auch ruhig sich trauen, dann eben auch das zu erzählen, was man tut oder was man eben auch noch nicht tut. Und damit wirklich dann auch mit dieser Aufrichtigkeit kann man schon wahnsinnig viel erreichen, weil man überhaupt diese Transparenz geschaffen hat. Und da gibt es natürlich unterschiedliche, also kommt es so ein bisschen auf den Unternehmenskontext an, wer dann da, also was ist vielleicht auch, du hast jetzt auf Angst gespielt, Dirk, was da wie angeguckt wird. Es gibt natürlich grundsätzlich Unternehmen, die gäbe es besser nicht, wenn man nur nach Nachhaltigkeitskriterien geht. Und da gibt es ja gar nicht so wenige davon. Und es gibt ein paar, auf die wird natürlich immer ganz besonders geguckt. Und da kann das natürlich auch immer irgendwie mal nach hinten losgehen. Und vor allem, wenn ich so ein bisschen die Sachen schöner erziele, als sie vielleicht eigentlich sind. Deswegen mein Tipp vielleicht auch an der Stelle ist wirklich Daten, Daten, Daten. Also Nachhaltigkeitsbericht ohne Daten ist eigentlich kein Bericht in dem Sinne. Und abgesehen davon, dass es ja durch die CSRD in vielerlei Hinsicht gefordert ist, hilft das auch jetzt schon massiv. Weil nur was ich wirklich messen kann, kann ich dann am Ende des Tages eben auch managen, entwickeln und auch verstehen, okay, in welche Richtung bewege ich denn mich als Unternehmen und habe ich denn mehr positiven oder negativen Impact gemacht? Da ist wirklich so ein Problempunkt auch, warum so viele Unternehmen auch, ich sag mal, diese Daten nicht so richtig oder auch den Bericht dann, der daraus entsteht, gar nicht so richtig nutzen können, ist eben, weil die Daten in tausend unterschiedlichen, ja, jetzt möchte ich nicht nochmal Quellen sagen, weil das meine ich damit nicht, aber so an ganz unterschiedlichen Orten im Unternehmen liegen und teilweise einfach fundamental anders sind. Also da gibt es dann für einen und die gleiche Kennzahl sozusagen, zwei, drei, vier unterschiedliche Werte, siehe zum Beispiel, ja, Geschlechterverteilung, Unternehmen oder so, solche Dinge, Diversitätskennzeiten. Und wenn man da dann immer erst suchen muss und gucken muss, dann wird das schwierig mit so einem Bericht. Deswegen, das ist mein Tipp Nummer eins, wirklich halt die Daten erstmal zusammenzukriegen und auch verifiziert zu bekommen, klare Zuständigkeiten auch im Unternehmen finden, weil Nachhaltigkeit ist tatsächlich immer ein Teamgame. Also auch Nachhaltigkeitsbericht kannst du nicht alleine als Nachhaltigkeitsmanagerin oder Manager irgendwie aufsetzen. Dementsprechend das vielleicht als kleinen Tipp nebenbei, da immer zu gucken, rechtzeitig die Leute in place zu haben und klare Zuständigkeiten, wer hat denn hier die wirklich wahren Daten und das dann alles an einem Ort der Wahrheit sozusagen auch aufzubewahren. Ja, das Thema Daten würde ich ganz gerne im nächsten Schritt mal aufgreifen, weil die Frage ist natürlich, okay, wo liegen meine Daten? Aber im ersten Schritt auch, was für Daten brauche ich eigentlich? Was muss ich mir konkret angucken? Weil Thema Nachhaltigkeit geht ja jetzt mal irgendwie über CO2 hinaus und auch über die gesamte ökologische Nachhaltigkeit hinaus. Dafür gibt es ja bei der CSRD dann die ESRS. Wir machen vielleicht ein kleines Klosar in die Shownotes rein. Das sind die European Sustainability Reporting Standards. Könntest du uns dazu vielleicht was erzählen? Welche Themenfelder gibt es da vielleicht auch gerade? Die sind ja auch noch nicht fix final definiert, dass das alles so klar ist. Wo stehen wir denn da gerade im Moment? Ja, gerne. Brandneue Infos seit Ende Juli sind die jetzt wirklich ziemlich fix. Nach einem langen, langen Weg, den sie ja so gegangen sind, diese Standards, die European Sustainability Reporting Standards, also die Standards zu dieser Direktive zur CSRD. Es gehört also zusammen. Und da ist es wirklich so, dass es einmal diese Kernstandards gibt, die eben sektorunabhängig sind. Und dann natürlich für ganz spezielle Sektoren, die eben einen besonders großen Impact, meistens negativen Impact eben auch haben, gibt es nochmal sektorspezifische Standards. Aber wenn wir jetzt nur mal so auf die ganz normalen Standards gucken, dann geht es natürlich los mit der unterschiedlichsten Anforderungen und Fragen sozusagen zu Bereichen wie Klimawandel, aber auch Umweltbeschmutzung, Wasser, Meeresressourcen, also so alles aus diesem Bereich Umwelt, Biodiversität, Ökosysteme, Ressourcenmanagement, so diese Umweltklassiker. Dann aber eben auch die Themen, die sehr stark im sozialen Bereich verankert sind, was eben auch wirklich die ganze Lieferkette angeht, die eigene Belegschaft und so weiter. Also das sind so ganz, ganz unterschiedliche Themen, die darin auch zu finden sein werden. Und auch hier ist es aber so, dass vieles in den Unternehmen heute noch gar nicht so richtig da ist. Also da muss ich mich erstmal drum bemühen, quasi diese Daten überhaupt erheben zu können. Ist das, also wir haben ja diese zwölf Themenfelder, sind das, glaube ich, ne? Sind die alle in der gleichen Verpflichtung auch berichterstattungspflichtig? Kann man nicht mich da vielleicht auch aus manchen Feldern rausnehmen? Wie gehe ich damit um, wenn meiner Meinung nach vielleicht auch manche Felder nicht relevant für mich sind? Ja, tatsächlich wurde das jetzt so seit dem ersten Draft, diese Arbeitsgruppe der EFRAG, wurde das alles so ein bisschen aufgeweicht, was schade ist. Auch wenn es natürlich so dieses, ja, diese Bürokratieangst ein bisschen entschärft an der einen oder anderen Stelle. Impactseitig mit Sicherheit schade. Da ist es zum Beispiel so, dass im ersten Berichtsjahr müssen einige Unternehmen dann die Klimaauswirkungen nicht nach Scope 3 berechnen, Treibhausgasemissionen da nicht angeben. Und das sind so die Dinge, die halt super schade sind. Und da gibt es noch so ein paar einzelne Dinge, wie auch, dass man irgendwie das Weglassen von erwarteten finanziellen Auswirkungen auch in Bezug auf manche Bereiche sozusagen nicht berichten muss, erst mal Übergangsfristen. Also es ist alles relativ komplex und es ist schon eben deutlich aufgeweicht am Ende des Tages. Und vielleicht, also wahrscheinlich ist es auch noch ein Thema, das ihr auf der Agenda stehen habt, aber das Thema der doppelten Wesentlichkeit hat natürlich einen ganz, ganz tollen Aspekt. Aber ich möchte es natürlich nicht vorgreifen. Alles gut, spring gerne rein. Spring gerne rein. Was kann man denn unter der doppelten Wesentlichkeit verstehen? Also einfach vielleicht im ersten Schritt anzufangen, um alle Hörerinnen und Hörer da abzuholen. Gerne. Also es gibt ja diese Inside-Out-Perspektive und die Outside-In-Perspektive mit Unternehmen und allem, was so drumherum los ist. Und das ist auch sozusagen schon das Doppelte an der Sache. Das bedeutet im Klartext oder als Beispiel so, ich schaue nicht nur an, was macht Klima mit meinem Unternehmen, sondern ich schaue auch, was macht mein Unternehmen mit Klima und gucke eben nicht nur sozusagen, was sind die finanziellen Auswirkungen jetzt für mich unmittelbar, sondern gucke eben auch, was habe ich denn als Unternehmen für einen Impact. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, diese Analyse zu fahren. Das machen wir gerade unwahrscheinlich viel mit Unternehmen zusammen, um da wirklich einen guten Überblick hinzubekommen, der eben auch repräsentiert, also Wesentlichkeit, was ist wesentlich, also wo besteht Impact in welchen Themen. Wenn ich also beispielsweise ein produzierendes Unternehmen bin, Maschinenbauunternehmen oder so und dann sage ich mir, Mensch, ich mache jetzt Nachhaltigkeit und ich setze dabei total auf Bienen, auf den Dächern und gleichzeitig auf, ja, weiß ich nicht, irgendwas, Papierreduktion, in den Büros, wobei es ja ganz wenige Büros da dann entsprechend nur gibt, nehmen wir mal an, dann ist das nicht wesentlich, weil dann ist das wirklich, also Wesentlichkeit hat auch ganz viel mit Greenwashing gewollt oder ungewollt zu tun, ob ich halt wirklich da anpacke, wo ich einen Impact haben kann oder da, wo ich mir denke, ach Mensch, schön, habe ich was getan, so für das eigene Gewissen. Und dann kann ich im Prinzip über diese Wesentlichkeitsanalyse ja dann auch identifizieren, welche Standards oder Themenfelder sind für mich dann eigentlich auch relevant und welche nicht, oder? Genau, und das wird man eben auch mit der CSRD müssen und eben auch in doppelter Hinsicht müssen. Jetzt hat es natürlich eine Licht- und eine Schattenseite, weil einerseits habe ich dann eben auch ja Themen, über die ich mehr berichten darf oder Themen, die ich halt dann als unwesentlich ansehe und wo ich vielleicht wieder so ein kleines Pluch dann habe an der einen oder anderen Stelle. und dann hat es aber natürlich auch einen total tollen Impact, wenn man das wirklich ernst nimmt und dann eben auch die wesentlichen Themen tatsächlich rausfindet und dann auch angeht. Ich habe eine Sache noch im Kopf, die mir die ganze Zeit immer wieder präsent wird. Ich glaube, das war ja auch ein ganz großes Thema im Prinzip hinzukommen, dass zukünftig an dieses Verhalten der Unternehmen, also wie sehr sind sie in dieser doppelten Wesentlichkeit, wie sehr arbeiten sie sich an Themen ab, wo sie auch wirklich Impact haben und auch nicht, spielt ja auch glaube ich das große Thema der Kreditvergabe immer wieder eine Rolle. Es geht ja um Kapitalkosten. Banken sind ja schon seit einigen Jahren angehalten im Prinzip zu überprüfen, inwiefern größere Transformationskosten auf die Unternehmen wirken eben im Rahmen der Veränderung im Bereich fossiler Brennstoffe oder eben auch das Thema Nachhaltigkeit als solches. Und ich glaube, da liegt dann so dieser ganz große Wirkungszusammenhang, weil wenn man es bis dahin glaube ich noch ignorieren konnte oder damit mild umgehen konnte, dann glaube ich, muss man an dem Punkt wirklich heran an die Marie, dass man jetzt wirklich auch schauen muss, wie kriegt man diesen Hebel, diese Wesentlichkeit eben rein. Das heißt, arbeite ich mich nicht auf irgendwelchen eher plakativen, eher, ja wie soll ich das sagen, am oberflächlichen Themen ab oder bin ich wirklich da dran und komme dann auch so ein bisschen von der Pflicht in die Kür hinein. Das heißt also in eine Transformation, die tatsächlich mit meinem Geschäftsmodell zu tun hat und die wirklich auch das Geschäftsmodell in Frage stellt und nicht nur irgendwie, was weiß ich, geklortes Papier in irgendwie Recyclingpapier tauscht oder was weiß ich, weil ich das Papier um die Ecke kaufe, weil der Lieferant näher ist und dann weniger Kilometer auf der Lieferung draufliegen. Ich denke, das ist ja glaube ich auch der Ansatz, wo ja auch glaube ich der Gesetzgeber dann auch sowohl europäisch als auch deutsch eigentlich hin will, oder? Auf jeden Fall. Also die Idee von diesen ganzen EU-Bemühungen ist ja tatsächlich, Kapitalströme in nachhaltige Geschäftsmodelle zu lenken und das ist meiner Meinung nach ein Riesending. Klar, also hätte das früher passieren müssen? Natürlich. Aber dennoch ist es super toll, dass es jetzt passiert und jetzt ist wirklich auch höchste Zeit dafür. Warum, wissen wir alle. Aber nur so kann es irgendwie auch in der Breite gehen, dass wir eben nicht nur die Woller für Nachhaltigkeit begeistern können, die das sowieso intrinsisch mitbringen, sondern dass wir eben auch wirklich den politischen Rahmenbedingungen schaffen. Und da ist glaube ich sehr, sehr viel passiert die letzten Jahre, dass es sich eben auch lohnt einerseits und andererseits ich gar nicht drum herum komme. Also, dass die Auswirkungen so verheerend wären, wenn ich Nachhaltigkeit jetzt ignorieren würde und die ganzen Pflichten damit, dass es für mich einfach einen wahnsinnigen negativen Business-Impact auch hätte. Wie genau geht ihr damit um? Weil für mich, also jetzt in meiner etwas laienhaften Sprache, ist es ja so, für mich ist das Pflicht und Kür. Ich hatte mal gehört, so ein bisschen auch die Unterscheidung zwischen ESG und SDG im Prinzip. Also ESG, das Thema CSA, wie kann ich das aufbauen? Wie kann ich das reporten als solches? Und dann eigentlich das Thema SDG, wobei wir ja da wieder bei dem Thema von der Relevanz letzten Endes sind, von der doppelten Wirksamkeit. Der Punkt ist, jetzt kommt ihr als Unternehmen und bietet im Prinzip Lösungen, wie Unternehmen diesen Pflichtteil sehr stark lösen können, wie sie den illustrieren können, wie sie den messen können, wie sie den konzeptionell packen und gestalten können als solches. Wie bringt ihr die Unternehmen von der Pflicht auch auf diese Kürseite rüber, also auf das Chancenmanagement, auf dieses Thema? Wie bringt ihr die dazu, Impulse zu setzen, dass sie wirklich das Geschäftsmodell hinterfragen oder eben auch wirklich von den ausgetrampelten Faden mal runtergehen? Ja, sehr gute Frage. Also tatsächlich machen wir das sehr, sehr, sehr am Anfang, dass wir mal so sagen, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Chancen und Risiken dieser ganzen Sache? Und also das ist sozusagen auch ein bisschen nach der Zielsetzung Zielsetzung und aufbauend auf der Zielsetzung, dass man sich das eben ganz genau anguckt. Wenn sozusagen da es noch nicht irgendwie durchdringt in dem Unternehmen, dann ist es meistens so, dass mit dem ersten veröffentlichten Bericht dann einfach die Auswirkungen sehr spürbar werden. Also wie vorhin schon gesagt, dass auf einmal die Bewerberanzahlen steigen, dass auf einmal die Kündigungsraten sozusagen oder die Verweildauer im Unternehmen der eigenen Mitarbeitenden bleibt. Manche haben ja auch einen Employee Net Promoter Score zum Beispiel, wir auch, sodass der auch steigt. Also dass da einfach mehr Bindung und mehr Identifikation entsteht, ganz viel. Das ist was, womit ja alle Unternehmen zu kämpfen haben, gerade in den Bereichen, wo vielleicht der Sinn und der Purpose jetzt nicht so auf der Hand liegt. Und am Ende des Tages, glaube ich, kann man sagen, Menschen, die gut gebildet sind, die gut ausgebildet sind, die Verantwortung in Unternehmen übernehmen wollen. Also die, kurzum, die man als Arbeitnehmer ja haben möchte, im Unternehmen, die wollen nicht mehr Teil des Problems sein. Die wollen Teil der Lösung sein. Und alleine da merken die ersten Unternehmen dann sofort eigentlich Auswirkungen und haben dann so ein bisschen Blut geleckt und wollen dann einfach mehr. Und da sind wir allerdings noch lange nicht bei der Kür, sondern da sind wir dann eher so bei den ganzen Zwischenschritten, dass man sagt, okay, wie kommen wir denn jetzt zu einer Nachhaltigkeitsstrategie? Und wie kann diese Nachhaltigkeitsstrategie auch nicht einfach nur als Satellit unterwegs sein, sondern wie kann die wirklich integral in der Unternehmensstrategie stattfinden? Also wie kann das wirklich integraler Bestandteil auch davon sein? Das ist so einer der Schritte, aber eben auch, was können wir denn eigentlich noch tun? Also was können wir noch an Zielen festlegen? Jetzt Unterziele sozusagen, Maßnahmen, ist eigentlich unser Management, gibt es da Zielkonflikte im Sinne von Nachhaltigkeit versus Umsatz oder sowas, die wir eigentlich nicht haben wollen? Also Nachhaltigkeitsziele, by the way, gehören für mich auch immer an die Kompensation, an die variablen Geheizbestandteile sozusagen geknüpft. Also das sind so diese Dinge, wo man dann immer mehr merkt, ah, okay, da passiert was. Und dann macht man vielleicht mal die, weiß ich nicht, die Travel Policy neu, wenn man jetzt ein Dienstleistungsunternehmen ist, das irgendwie noch von, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, von Köln nach Hamburg fliegt oder so. Das ist ein fieses Beispiel jetzt. Und ja, das ist dann einfach, also da merkst du einfach wahnsinnig viel. Und häufig merkst du es übrigens sogar an ganz starken Kosteneinsparungen oder an Umsatz, der einfach hochgeht. Und das sind so die Dinge, die dann so von selbst kommen und wo dann ganz häufig auch bei uns, ja, die Kunden, die wir begleiten dürfen, dann dastehen und sagen, hey, was können wir denn noch mehr machen? Habt ihr da noch was? Was meint ihr? Was ist jetzt dran? Und das ist natürlich genau der Effekt, den wir uns wünschen, dass man es dann eben auch spürt, weil so ein Bericht ist ja erstmal nur ein Bericht, aber und irgendwie was sehr Bürokratisches. Aber da kann natürlich wahnsinnig viel draus entstehen, weil halt einfach das ein Startpunkt ist für ganz viel. Ja, in der Tat. Also ich habe auch immer wieder diese Diskussion und ich versuche es mittlerweile meinen Kunden immer so zu erklären. Viele kennen ja Gott sei Dank noch so diese Jahrtausendwende, als dann so das Internet tatsächlich um sich gegriffen hat. Das war ja am Anfang sehr nerdig. Das war ja ein Thema, das viele wirklich auch noch als Brauchkeiner abtut, für junge Leute ist das. Das war so am Anfang diese Argumentation. Und innerhalb von drei, vier, fünf Jahren hat sich das komplett verändert. Das Unternehmen, die sich einfach mit diesem Thema nicht beschäftigt haben, wirklich auf einmal komplett aus der Relevanz waren. Die waren bewerbertechnisch aus der Relevanz waren, sie waren umsatzmäßig aus der Relevanz raus. Sie waren aus ihrem Wettbewerbsfeld ausgeschieden als solches. Also sie war kein Wettbewerbsbegleiter mehr, sondern sie waren wettbewerbsabstinent als solches. Und ich versuche dann immer zu sagen, ich glaube, dass es mit dem Thema CSR, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Transformation, eben das Geschäftsmodell hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen, dass das im Prinzip das ist, was wir vor 25 Jahren erlebt haben. Und jetzt kann man entscheiden, wo wir dabei sein, erster oder letzter. Genau, genau so ist es, Dirk. Und ich sage auch so häufig, also da, wo wir, wenn wir jetzt mal über den Reifegrad sprechen von Unternehmen in dieser Transformation und von uns als Gesellschaft vielleicht auch, als, sagen wir mal, Geschäftsgesellschaft auch, so als Teilgesellschaft, dann stehen wir ja heute eigentlich da, du sprichst ja über die digitale Transformation, also so die Anfänge davon. Und wir sprechen ja jetzt sozusagen heute über die nachhaltige Transformation in unseren Jahren hier. und wir sind ja ungefähr jetzt mit der nachhaltigen Transformation dort, wo wir mit der digitalen Transformation waren, als Facebook an die Börse gegangen ist und jeder so gesagt hat, oh Gott, welcher Idiot kauft denn da Aktien? Da ist ja überhaupt nichts dahinter. Das ist ja nur in diesem Computer. Und ja, und ich glaube, genau an diesem Reifegrad stehen wir gerade. Und wer damals sich die Facebook-Aktien billig gekauft hat, freut sich heute. Und genauso kann es natürlich mit dem Nachhaltigkeitsthema auch sein. Also wie du sagst, Dirk, wer jetzt Dinge tut, Geschäftsmodelle neu denkt, aber auch einfach wirklich bestehendes Hinterfrag, sich selbst auch so ein bisschen disrupted und mal guckt, okay, wie kann ich denn wirklich mich selber hinterfragen als Company, bevor es andere tun und bevor irgendwelche ganz neuen Player auf den Markt kommen, die eben das Ganze, was ich jetzt heute mache, in Nachhaltigkeit machen. Ja, und damit vielleicht viel erfolgreicher sind. Und das ist jetzt die Zeit. Und da hoffe ich, dass da ganz, ganz viele auch gerade dabei sind, solche Veränderungen anzustoßen. Ja, super. Vielen Dank dir auch dafür nochmal. Ich würde gerne eine abschließende Frage stellen, bevor wir vielleicht dann auch langsam in unsere letzten Kategorien rüberspringen. Ich habe jetzt verstanden, Verso ist im Prinzip auch so der Experte für Berichterstattung, was CSRD angeht. Wir als Neosphere gehen ja auch gerade mit euch durch den Prozess mit unserem Nachhaltigkeitsbericht. Das heißt, ich weiß aus erster Hand, ihr kennt euch auch mit den anderen Standards, sei es jetzt GRI oder der DNK aus und unterstützt da ganz fleißig. Die Academy haben wir am Anfang einmal thematisiert. Sind wir damit quasi bei Verso am Ende? Was gibt es vielleicht auch gerade, was Regulatorik angeht, noch weiter? Ist noch irgendwas in eurem Portfolio, was du jetzt uns gerne noch mitgeben würdest? Ja, also es geht grundsätzlich sozusagen, solange das Thema Nachhaltigkeit weitergeht, geht es auch immer bei Verso weiter. Wir haben den Anspruch, wirklich auf jedem Schritt da zu begleiten. Wir können das heute auch. Wir konnten noch nie etwas irgendwie nicht begleiten oder beantworten. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Und da bleiben wir eben auch dran. Und nicht zuletzt, dadurch gelingt uns das jetzt heute noch besser, dass wir uns einerseits mit Sustainable zusammengeschlossen haben, wirklich, dass die Software eben auch das Thema Lieferketten-Transparenz, die eben genau das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bedient. Wir sind schon ganz, ganz lange zusammen unterwegs auf dem Markt, kennen uns wahnsinnig gut und haben uns eben dieses Jahr auch wirklich zusammengeschlossen, was uns natürlich noch mal eine ganz andere Power gibt und eben auch unseren Kunden noch mal eine ganz andere Möglichkeit, da alles vereinfacht und aus einer Hand zu bekommen. Also das ganze Thema Lieferketten-Transparenz ist natürlich ein riesiges, wo wir super froh sind, dass wir da jetzt gemeinsam unterwegs sind. Und nicht zuletzt haben wir uns dieses Jahr eben auch noch mal zusammengeschlossen mit Silvester. Das ist eben auch ein ganz tolles Unternehmen, die auch schon seit, ja, eigentlich seit, ich glaube, 2006 oder so haben sie so richtig mit Nachhaltigkeit begonnen, also echt auch irgendwie total umtriebig sind und ursprünglich aus dem Bereich Geschäftsberichterstattung kam. Und dadurch, dass eben diese Berichte ja auch immer integriert werden, ist natürlich, sind wir auch da total stolz, das anbieten zu können, dass wir einen Geschäftsbericht und einen Nachhaltigkeitsbericht oder eben einen integrierten Bericht aus einer Hand auch bieten können. Und so, ja, gibt es da eigentlich aktuell nichts, was es nicht gibt bei uns. Und wir freuen uns da natürlich auch euch noch weiter zu begleiten und noch ganz viele tolle Unternehmen, die was bewegen möchten. Ja, sehr cool. Mega spannend. Alle, die Verse persönlich kennenlernen, ihr seid auf dem Festival dabei als Aussteller, ihr seid auf Bühnen unterwegs, also ihr habt die maximale Präsenz auch auf dem Festival, da im Zweifel einfach am Stand vorbei und alle Fragen mitbringen. Immer gerne. Wir freuen uns auf den Austausch, auch nicht nur zu dem, was wir anbieten, sondern ganz allgemein. Wir freuen uns total, dass wir da einfach alle gemeinsam lernen und ja, und auch aufs Wiedersehen mit euch, Mara. Dankeschön. Mega cool. Dann springen wir in die nächste Kategorie rüber, oder? Ja, wir bleiben bei Fragen, würde ich sagen, oder? Jetzt ging es gerade um Fragen, wir machen mit Fragen weiter. Unsere Kategorie, die wir gerne pflegen, ist, wir bieten unseren Gästen immer an, eine Standpauke zu halten. Das klingt jetzt erstmal sehr martialisch, aber mit der Standpauke ist im Prinzip gemeint, dass du gerne eine Person, eine Personengruppe, ein Ding, ein Eß, ein Irgendwas, dir mal vorknöpfen kannst, auf liebevolle und zärtliche Art und Weise und uns gerne mal deine Gedanken sagen kannst, wo du sagst, das ist eigentlich ein Thema. Entweder es nervt dich oder du findest es gut oder für was möchtest du mal einen Satz mit einem Ausrufezeichen machen? Das passt eigentlich total gut. Zudem, worüber ich mich immer wieder tatsächlich ärgere und wo ich auch gestern beim Abendessen in Hamburg noch so schön mich geärgert habe, dass irgendwie jede Woche seit Jahren diese Diskussion irgendwo aufkommt im Sinne von, ja, muss denn nicht die Politik mehr machen? Ja, wir können doch als Deutschland gar nicht so viel machen. Da müssen doch die großen Industriestaaten und wenn China und Indien nicht mitziehen und immer dieses, ja, aber die anderen müssen doch zuerst, weil sonst, äh, äh, äh. Und also so ein bisschen dieses, sich selber in die Opfer und passive Haltung zu bringen, das nervt mich unwahrscheinlich. Also ich finde, wir sind alle in der Pflicht und es geht nicht darum, dass man entweder das eine oder das andere macht im Bereich Nachhaltigkeit oder dass man jetzt, ist ja auch ganz oft diese Diskussion, ja, es müssen ja die Unternehmen richten, ja, nee, es müssen doch die Privatgesellschaft, die Privatpersonen richten und genau diese Debatte nervt mich, weil das ist einfach nicht die vollkommen falsche Fragestellung, weil wir müssen alle jetzt an allen Enden einfach tun und nicht mehr die Energie drauf verschwenden, dass wir sagen, ja, also privat, da fliege ich jetzt schon noch dreimal im Jahr nach Thailand, weil das hat ja eh keine Auswirkungen im Vergleich zu dem, wie ich jetzt irgendwie, was mein Unternehmen irgendwie fabriziert oder was in China passiert oder so. Und wir müssen einfach aufhören, uns da zu verstecken und wir müssen einfach, glaube ich, die Dinge jetzt mal annehmen und aufhören, diese blöde Diskussion zu führen, wer jetzt zuerst was tun muss. Also wir alle müssen tun, was irgendwie möglich ist, um Nachhaltigkeit voranzubringen und ja, mag vielleicht auch manchmal mit kleinen Einschnitten verbunden sein, aber unterm Strich ist das alles eine Gewohnheitsfrage und wenn es eben nicht mehr normal ist, ich nehme es jetzt nochmal dreimal im Jahr nach Thailand zu fliegen, dann fehlt es einem einfach auch nicht. Deswegen, also wir müssen hier überall beginnen, bei uns selber, bei unserer eigenen Haltung, bei dem, wie wir leben, aber dann eben auch, wie wir in unserem Unternehmenskontext wirken, genauso wie da, wo wir uns eben auch politisch einmischen können, ist ja auch ganz oft im Kleinen und vor allem auch in dem, wie wir denken und was wir so dem Umfeld auch mitgeben. Ja, finde ich ein starker Stand, Fauke, und auf jeden Fall auch gut. Ich glaube, das ist oft ja so auch ein bisschen, dass man sagt, okay, ich glaube, Deutschland hat, wenn man den globalen CO2-Fußabdruck nimmt, irgendwie liegen wir bei zwei Prozent, glaube ich so, wirkt jetzt vielleicht nicht wie eine signifikante Zahl, aber unsere Bevölkerungsanzahl ist halt nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, wir leben auf doppelt so großem Fuß. Es ist halt einfach trotzdem so, wir müssen trotzdem unseren Teil mal da reinbringen. Es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, den hatte ich ehrlich gesagt nie auf dem Schirm. Also ich habe den selber erst vor 14 Tagen begriffen. Da hat nämlich immer jemand gesagt, es mag sein, dass wir nur zwei Prozent des CO2-Ausstoßes emittieren. Der Punkt liegt aber darin, dass wir mittlerweile unsere Werkbank in ganz andere Länder der Welt verschoben haben und dort letzten Endes gerade die Schlote rauchen. Also der Punkt ist, würde in Deutschland noch hergestellt werden, was wir in Deutschland konsumieren oder wo wir auch die Wertschöpfung rausziehen aus all den Autos, die wir bauen, aus all den Maschinen, die wir bauen und die dann doch auch mal im Ausland irgendwie Vorteile haben oder irgendwie gespritzt muss werden oder sonst irgendwas, dann werden das auch keine zwei Prozent mehr. Und das betont nun mal unsere Verantwortung, glaube ich. Ja, das Bilanzierung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Korrekt. Absolut. Können wir gleich noch einen Podcast dazu erzählen. Ich kann gerade sagen, ich lege ein neues Band ein und wir nehmen gleich nochmal auf. Ich erinnere mich an eine ganz ausführliche Hausarbeit in meinem Studium zu dem Thema. Also, Dirk, was ist dann deine Standpauke heute? Ja, ich versuche auch so ein kleines bisschen, ich versuche es augenzwinkert, ich fürchte aber, ich werde wieder zu ernst. Ich habe ein bisschen Presse gelesen und die große, große politische Zeitschrift, die wöchentlich erscheint und auf den Namen Spiegel heißt, hat einen Artikel veröffentlicht, warum der Veggie Day schon wieder scheitert. Thema ist, der von uns, finde ich, von uns beiden sehr hochgeschätzte Cem Özdemir, hat versucht, ein neues Kantinenregime in seinem Ministerium zu installieren und hat eben ausgeschrieben, dass mit anderen Lebensmitteln gearbeitet werden soll. Also, es sollen im Prinzip jeden Tag vegane Gerichte angeboten werden, tierisches Milch, tierisches Eiweiß separat ausgewiesen werden, der Fleischanteil, Wurstanteil soll auf maximal 20 Prozent begrenzt werden, frittiert das maximal zweimal die Woche. Also, er hat sehr konkret eigentlich sehr gute Ideen gehabt, wie so eine moderne Kantine eben aussehen könnte, weil seine Partei wiederum erkannt hat, dass eben diese Gemeinschaftsverpflegung ein Riesenhebel ist, um eben auf dieses Thema Tierwohl, gesunde Ernährung etc. etc. dann auch zu kommen. So, jetzt ist das gerade gescheitert. Also, diese Ausschreibung ist beendet, weil das schlicht und ergreifend nicht möglich war in einem Preisrahmen von 3,50 Euro bis 5 Euro, den für solche Kartinen üblicherweise gewählten Unternehmen, Großkantinen, Verpfleger, das möglich war, das darzustellen. Und das zeigt auf der einen Seite, dass man, glaube ich, diesen Prozess ein bisschen behutsamer steuern muss. Also, das ist so die Standpauke in Richtung das Ministerium, fand ich im Öztem her. Auf der anderen Seite geht die Standpauke auch in Richtung der Sodexos und Aramax dieser Welt, die einfach jetzt auch anfangen müssen, auch dafür Technologien und Produktionsmethoden und Zubereitungsmethoden zu finden, dass das eben besser funktionieren kann. Ich finde das echt fürchterlich, dass wir im Jahr 2023 es nicht hinbekommen, genauso günstig veganes und wertvolleres Essen herzustellen, wie letzten Endes Fleisch und frittiertes. Also, finde ich schwierig, ja. Und die dritte Standpauke ist aber halt auch, und die geht so ein bisschen in uns, in Richtung Verbraucher, dass wir halt nach wie vor einfach nicht bereit sind für eventuell Dinge, die besser sind und die eben auch erstmal ein kleines Premium brauchen, damit sich Industrien etablieren, damit eben Produktionswege gefunden werden können, dass wir halt auch nicht bereit sind, irgendwie so mal 50 Cent oder einen Euro mehr zu bezahlen. Klar, am Ende des Tages, wir reden hier von der Kantine des Bundeslandwirtschaftsministeriums, keine Ahnung, wie die da verdienen und ob die sich das hätten leisten können als solches. Aber das nächste Mal geht es halt dann, was weiß ich, um die Kantine bei Mercedes irgendwo in Sindelfingen oder sonst was. Und ja, das ist meine Standpauke, eine multidimensionale. Dass das eigentlich schade ist, dass solche Chancen uns entgehen und jetzt sollten wir das Beste draus machen, nämlich lernen, was wir besser machen können. Standpauke Ende. Jetzt sind bei mir direkt zwei Podcast-Folgen auch wieder zurück ins Gedächtnis bringen. Zum einen True Cost Pricing mit dem Henning von True Stay. Ja, genau. Da war ja jetzt auch vor kurzem erst, oder bis der Podcast rauskommt, ein bisschen wieder her, aber die Aktion von Penny, die ja ihre Artikel tatsächlich auch, ich glaube, zehn Artikel auf wahre Preise gesetzt haben und da wirklich mal Umweltexternalitäten und auch soziale Externalitäten damit einbezogen haben. Da fängt man, da hat man halt irgendwie so ein System geschaffen, wo man jetzt so mit diesen Symptomen auch zu kämpfen hat und das super schwierig ist, dann so kleine, kleine Stellschrauben schon im System irgendwie mal zu wandeln. Also mega komplexes Topic. Ich glaube, ich würde ein bisschen widersprechen, dass der Verbraucher sich dagegen stellt, mehr Geld auszugeben, weil ich glaube, dann würde das Ganze, was bei der Rügenwalder Mühle zum Beispiel passiert ist, dass diese Produkt, was sich so arg gewandelt hat zu veganen, vegetarischem Angebot, das ja oft teurer ist als die echte Wurst, sonst hätte das ja so gar nicht funktioniert. Da hast du grundsätzlich recht, aber da tanzen wir natürlich auf der Eisschorle auf dem großen Meer mit diesen Themen, hatte die Woche wieder mal in einem Nachversorgungsmarkt meiner Wahl dieses wunderbare Erlebnis, was ich wieder mal in dieses vegane Regal reingegriffen habe. Nebendran ist tatsächlich wirklich die Fleischfrikadellen und ich habe dann gesagt, hier probieren Sie mal von der Rügenwalder Mühle, die sind total lecker, die schmecken klasse, da merken Sie gar keinen Unterschied. Voll die Werbetrommel, voll der Fanboy. Da sagt er, ja ganz ehrlich, da kosten bei Ihnen 200 Gramm Frikadellen 3,59 Euro und hier kriege ich für 2,99 ein halbes Kilo aus gutem alten Schweinehack. Da war die Diskussion beendet an der Stelle. Aber ich denke, du hast definitiv auch sehr recht. Aber ja, ich glaube, kein einfaches Thema. Pflicht und Kür, da sind wir wieder. Wir kommen zu unserer allerletzten Kategorie. Liebe Nuvia, und zwar, die letzte Kategorie lautet, hast du einen Wunschgast? Gibt es jemand, eine Person, eine Institution, irgendetwas, was du dir auf das Impact Festival wünschen würdest, weil du entweder sagst, das ist eine Person, die passt da genau hin, weil die das gleiche Mindset hat oder das ist eine Person, die muss da hin, weil die überhaupt gar nicht das Mindset hat. Gibt es irgendeinen Grund, warum du irgendjemand uns empfehlen möchtest, den wir für dich einladen dürfen? Ja, viele natürlich. Ich freue mich auch, ganz, ganz viele Menschen zu sehen, die da wieder was bewegen möchten oder grundsätzlich was bewegen möchten und dort wieder zusammenkommen. Ja, am allermeisten würde ich mich wahrscheinlich über die freuen, tatsächlich die, die da irgendwie mal hingehen, weil sie sich das jetzt doch mal anschauen mit dieser Nachhaltigkeit und dann aber noch so diese letzte Überzeugung vielleicht vor Ort bekommen und vielleicht dann doch mal irgendwie so stark in dieses Mindset reinkommen, dass sie sagen, ach komm, ich fliege jetzt auch nicht mehr oder ich, also so diese kleinen Dinge, das ist wirklich so diese und gar nicht, wenn man es verlangt von außen, sondern so, wenn man es, wenn man es dann irgendwie selber fühlt. Also das würde ich mir wünschen, dass da ganz viele gerne auch Entscheiderinnen und Entscheider kommen, die dann wiederum ganz viele andere Menschen beeinflussen können, die wirklich, ja, da sich so das letzte Quäntchen Überzeugung abholen und auch sehen, dass das ja einfach gesunder Menschenverstand ist, mehr im Bereich Nachhaltigkeit zu tun und so viel, wie es irgendwie geht. Ja, die wünsche ich mir dort. Die würden wir nehmen. Easy, ich schicke eine Einladungs-E-Mail an all die raus. Danke, Mara. Alle auf Facebook. Gar kein Problem, kein Problem. Kriegen wir hin. Vielen Dank für deinen Wunsch, den nehmen wir wirklich sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank dir für dieses Gespräch. Ist ja doch eine lange Folge heute geworden. Wir hatten zwischendrin ein paar technische Probleme. Ich hoffe, dass es in der finalen Folge nicht mehr zu hören ist, aber ja, vielen Dank dir, Nuria, und nur noch zwei Wochen und dann sehen wir uns auch auf dem Festival wieder. Yay, Danke euch. Ich freue mich drauf. Liebe Grüße nach München und bis ganz bald. Bis ganz bald.